Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so einen Tangle-Teaser bzw. auch jede andere Haarbürste oder Kamm richtig reinigen kann, wenn diese einfach schon sehr dreckig ist. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Über die Zeit verfangen sich in so einer Bürste einfach etliche Haare und vor allem kann man auch solche Haarpflegerückstände hier innen drin nicht wirklich vermeiden. Zum richtigen Reinigen müssen wir zuerst einmal alle Haare hier entfernen. Entweder es hat sich schon so ein richtiger Teppich gebildet, dann kann man dies normalerweise von hier außen schön nach oben hin wegziehen. Bei mir ist das jetzt leider noch nicht so der Fall, weswegen ich einfach mal einen Zahnstocher verwende und mit diesem kann ich jetzt nämlich hier schön quer durch meinen Tangle-Teaser durchgehen und die ganzen Haare gehen somit an die Oberfläche hoch, weswegen ich sie danach auch schon einfach mit meiner Hand nehmen kann und diese rausnehme. Und das mache ich jetzt mal, bis hier wirklich überhaupt keine Haare mehr vorhanden sind. Ich habe jetzt nahezu alle Haare meiner Frau hier aus der Bürste entfernt und diese gebe ich jetzt einfach mal in den ganz normalen Restmüll. Wichtig ist, diese sollte man auf keinen Fall irgendwie in der Badewanne oder im Waschbecken in den Abfluss geben, denn hierdurch verstopft diese natürlich relativ schnell, was wir auf gar keinen Fall haben möchten. Wenn wir das gemacht haben, brauchen wir mal eine einfache Schüssel mit warmem Wasser und hier gebe ich jetzt noch etwas von ganz normalem Shampoo von mir hinzu. Und danach nehme ich meinen Tangle-Teaser bzw. meine Haarbürste, vermische das Ganze einmal schön im Wasser und danach kann ich meinen Tangle-Teaser jetzt einfach mal so für circa 20 Minuten in dem Wasser hier schön einweichen lassen. 20 Minuten sind jetzt circa rum, jetzt nehme ich mal noch eine alte Zahnbürste hier zur Hand und nun kann ich nämlich den schön eingeweichten Dreck hier innen drin ordentlich abschrubben. Mit der Zahnbürste kommt man hier normalerweise auch relativ gut rein und das mache ich jetzt einfach mal so lange, bis der Dreck hier drinnen wirklich schön weg ist. Nach circa zwei Minuten schon rum kann sich das Ergebnis hier auf jeden Fall sehen lassen. Es gibt übrigens auch noch die Möglichkeit, dass ich meinen Tangle-Teaser in den Geschirrspüler gebe, wenn ich mir dafür nicht zu schade bin, dann sollte er auch relativ sauber werden. Hierfür am besten einmal das Modell auch noch in zwei Teile teilen, wenn es funktioniert. Und wenn wir das alles geschafft haben, bauen wir es wieder zusammen oder wenn es natürlich schon zusammen ist, lassen wir es einfach so, geben diesen einmal einfach auf ein Handtuch drauf und lassen ihn nun Luft trocknen. Und somit haben wir unseren Tangle-Teaser bzw. die Haarbürste oder auch einen Kamm schon richtig gereinigt. Wenn du deine Haarbürste zu Hause schon seit Jahren nicht mehr gereinigt hast und du dich eventuell sogar schon davor ekelst und jetzt einfach eine neue möchtest bzw. dir gleich so einen Tangle-Teaser oder einen neuen Kamm zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Tangle-Teaser hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.